Das ist aber kein Hacker, ne? Hallo, wir sind am liebsten, Mann. Hallo, hört ihr mich? Ja, hallo, hallo. Test, test. Eins, zwei, drei. Alles klar. Bist du, ja. Ich komm jetzt mal rüber, ja? Wer bist denn du? Ach, der Frunzel am Start hier, oder was? Genau. Der Frunzel, jawoll. No, to kill on sight, bro. Was treibt ihr denn hier drin? Wir haben uns da ein schönes Feuer gemacht. Ja, ein bisschen, äh, pup, pup. Wir haben ein bisschen Poposex gemacht. Bitte was? Ah, ah, lecker. Ja, ich hab hier ein bisschen mit Zombies zu tun, ja. Oh, sieht man. Lecker sind Pains. Sieht man, sehr nice. Gut aufgeräumt hast du hier. Hat jemand Morphium oder so? Hat er schon einen Splint? Okay, er hat schon eins. Ob der alleine hier ist? Weiß ich nicht. Ist aber keiner aus dem Stream jetzt, ne? Wo willst du noch so drauf los? Auf mehr Zombies, oder was meinst du? Ne, wo du so drauf los willst, also. Was dein Plan ist heute. Äh. Kicken. Keine Ahnung. Mal ein bisschen Zeugs finden hier. Hab bloß so eine Luftdruckpistole hier, oder was jetzt sein. Ich glaube, in der Kirche liegt noch eine SKS. Nämlich nicht alles deutsch. Ja, stimmt. Da liegt noch eine SKS. Die kannst du nehmen. Sir Benny1982, willkommen im Stream. Danke fürs Folgen. Da kommt noch ein Zombie. Zombie hinter euch, Luzi. Jo, geregelt. Ja, cool. Danke. Ja du, kein Problem, ne? Gerne. Ich freue mich bloß noch, äh, was zum Befüllen. Ja, ich hab leider selber zu wenig, sonst hätte ich dir was abgegeben. Wo wollt ihr denn hin? Wir wollen Richtung Elektro. In. Tscherno. Jo, wenn ihr nix dagegen habt, würde ich mich anschließen. Nö, wenn du nix dagegen hast, dass du im Stream bist, kannst du dich anschließen. In Steam? Ja, Stream. Mit R. Stream. Ach so, ach, er streamt. Jo. Ja, ich muss ja fragen, weißt du, ist ja Filmmaterial von dir und, äh, muss ich dich ja um Erlaubnis fragen. Recht am eigenen Bild, oder was? Ja, natürlich. Nicht, dass mich jemand da kennt. Auch in der, auch in der, auch in der Zombie-Apokalypse gibt's Menschenrechte. Weil ich auch im wahren Leben mit so'n, äh, Wildschwein-Rucksack rumrenne. Das würdest du vielleicht. Aber ich meine, Daisy is real life, ja. Das darf man nicht vergessen. Schau mal lieber auf die pinken Schuhe. Halt die Fresse, ja? Tu mir leid, tu mir leid. Lass mich mit meinen pinken Schuhen machen, was ich will, ja? Tu mir leid, Boss, tu mir leid, Boss. Okay, ist okay. Sorry. Das ist halt meine feminine Ader. Dann musst du durch. Wartet ihr hier noch irgendwie auf jemanden? Ne, wir wollen jetzt eigentlich los. Ja. Warte, dann warte mal. Dann geb ich dir doch mal Munition, wenn du jetzt mitkommst. Ich schreibe ihm das jetzt mal. Ja. Hier hast du mal vier Schuss, ja? Müssen wir leider noch mehr looten. Ich hab mal den Twitch-Link gepostet, wenn du zuschauen möchtest. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Danke. Wieso bin ich toll? Na ja, gleichzeitig gucken und spielen. Adisra, danke für das Kompliment. Hab doch nur eine Hörer. Ja, wir Männer, ne? Das ist immer so eine Sache halt. Okay, Leute ohne Bräute. Los geht's. Was? Leute ohne Bräute? Das hat er gesagt, ja. Hauptsache du bist der vierte in der Streamliste bei Daisy. Yes, Alter. Vor allem Ausatmen. War hat er schon in der Polizei? Ja. Okay, nice. Du bist nett. Einfach nur nett. Das ist wichtig heutzutage. Ja, aber nett ist auch der kleine Bruder von Scheiße. Das hat er immer. Also wenn du mit dem Mädel weg warst und die schreibt dir hinterher, ey, es war ein total netter Abend. Ja, dann kannst du eigentlich auch schon die Nummer löschen. Ja, hast du verkackt einfach. Hast du verkackt. Oh, es war voll nett mit dir. Ja, hier liegt gleich der nächste S-Guide. LOL! Wo kommen die Zombies her? Was meinst du, Bro? Ach, lol. Hier liegt ja noch eine Waffe rum, ne? Ja, nächster S-Guide. Ach, schön. Nahrungsmittel hier noch. Wie ich nichts treffe. Jungs, was ist denn das wieder für ein Lärm da draußen? Mein Gott. Geht das auch leise hier? Ich war gerade am Pen da drin. Meine Herren, ey. Boah, Alter. Jetzt kommen die Geschichten aus Patricks. Nee. Hey, unser Bro ist noch da hinten. Sehr schöner Headshot. Immer schön drauf, da. Das Ding quasi ins Gesicht gesteckt. Der kann's doch nicht mehr daneben schießen. Ins Nasenloch, oder was? Mal ganz kurz was essen. Patrick! Yes! Lol, Zombie, fuck it. Oh Gott, 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 Gott. Oh, oh. Shit! Nein! Okay, ja, ja. Gut, gut, gut. Also mit der Longhorn zitterst du schon hart, ne? Das ist schon so, Hermine. Ja. Alter. War etwas laut, ne? Tut mir leid. Was für ein Sound. Wie heißen du richtig so? Mit Vornamen. Äh, ich, oder? Ja, ja. Timothy, willkommen im Spiel. Franz, ja. Dener Quas... Ja, hi, Franz. Du kommst aus Berlin, ne? Berliner, ne? 100% Berliner, ne? Wunderbar. Was? Wie kommt ihr darauf? Na, Icke und so, ne? Ja, ja, richtig. Hammer nice. In CSGO kannst du es aber besser. Naja, es geht. Ja, Timothy, guten Abend. Hallo. Schön, dass du da bist. Schön. Dass wir uns jetzt hier gefunden haben, zu viert. Ah, mh. Aber wie immer läuft der Neger vor. Ich weiß nicht, warum. Ja. Du siehst so nett aus. Ja, Hochdeutsch hiken wir irgendwann abgewöhnt. Ist mir zu schwer. Ist zu schwer, ne? Ja, kann ich verstehen. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Elektro... Tschernow. Ne, Tschernow. Ich glaube, wenn wir bei dem Weg folgen, treffen wir direkt auf Tschernow. Ja, Hammer nice. Was macht der denn hier? Ey, mein Freund, warte. Mein Freund. Nicht動ft. Der war ganz schön nah. Mein Freund, bitte, nicht動ft. Nicht動ft. Nein, warte. Ich lute sie da hinterher. Mein Freund. Nicht動ft. Nicht動ft. Bro. Bitte, stopp, Mann. Nicht動ft. Yes, nice. No. Mann, Lucy, du musst ihn erschießen. Ach komm, was soll denn das? Ich dachte, wir wären Bros. Hirsch. Also definitiv, streamen es wieder nächsten Sonntag. Erschießt du gerade meinen Bro da vorne? Unter der Woche muss ich mal schauen. Das ist halt immer schlecht, weil da nicht wieder arbeiten müssen und so. Wir sind klein, so ein Hirsch, wahr, um den zu treffen? Wir sind jetzt vier. Soll ich? Nein, komm, das ist doch voll lieb. Komm schon. Generell sind wir drei. Ja, okay, drei. Ich lass einfach nur du. Obwohl, nee, lass ihn dann nehmen, komm. No to kill on sight. Nicht einfach so ab... No kill on sight. Stimmt allerdings. Okay, okay, okay. No to kill on sight. Auch Tiere haben Gefühle. Er hat mit dem Bursch reden. Ich hoffe, wir haben auch hier zu sein, wir haben einen Bär... äh, äh, ich will ja noch einen Scherndorf. Ja, nee, sagst du, danke, dass du da warst. Scherndorf muss ich nicht, komm, abgehen. Oh, ja. Daher mal... Schon mal mental vorbereiten. Äh... Links ist Elektro, ne? Warte mal. Jepprook ist Elektro, nehme ich an. Nee. Das müsste sein, ja. Doch. Nee, Czerno ist das. Nee, Czerno ist das anscheinend, oder? PCK? PCK, warte, ich gucke mal. Nee, Elektro steht dann wirklich irgendwas, Elektro-Gorf oder sowas. Ja, das ist, äh, Czerno. Das ist Czerno hier. Das ist Czerno. Alles klar. Go, go, go! Oh, Jan. Sag der E zu der Taunen. Fuck die nicht. Dann sterbe ich lieber mit 3. Grundhübsches Modell. Ich hab auch ein Fireplace-Bit dabei. Das haben sie gesehen. Ja, dann go, go, Jungs. Hammer nice. Aber trotzdem danke, Kümmerle. Ja, jetzt sind wir schon zu 5 unterwegs in Czerno. Und kommen jetzt schon langsam in ein Dorf. Aber da kannst du mal sehen, Kümmerle war eigentlich hinter uns. Und ist jetzt quasi neben uns gewesen. Der ist querfeld eingelaufen. Geht halt nun mal schneller, ne? Wenn man auf die rechten Weg... Wenn man den Weg kennt. Ja, wenn man den Weg kennt auch. Das ist klar. So, ich glaube, das ist jetzt schon hier... Ja, das wird noch eine Action-Folge heute. Ich glaube auch. Das wird schon, ich würde sagen, brutal in der Stadt. Aber doch schon. Ich geh mal looten, Jungs. Hier gibt's bestimmt Essen noch. Hier ist ein Rucksack, wer braucht. Guck mal kurz, wo wir jetzt... Zwei Rucksäcke. Ah, ist das hier Poster? Zombie, Achtung! Da müsste es hier einen Brunnen geben. Wenn das Poster ist, gibt's hier einen Brunnen. Dann sind wir so ein bisschen vom Weg abgekommen. Das bin ein Ninja-Zombie überhaupt nicht gehört. Der war extrem leise. Allerdings. Hast du Bandages? Kümmerle? Ja, ich hab. Danke. Alles klar. Oh, die anderen sind schon weiter. Patrick, warte mal bitte. Weißt ja, wie damals. Kümmerle kümmert sich. Ja, der Kümmerle kümmert sich. Na, ganz klar. Nee, danke. Ich bin nicht am bluten, Franz. Ja, wir müssen dann da durch den Wald. Ja, ich bin in den Stuttgart gelaufen. Da ist ein Brunnen. Hier, der Kümmerle. Aber trotzdem, danke. Sehr aufmerksam. Alter. Was denn? Was? Ah, mich trifft er auch. Alter. Bro, ist alles in Ordnung, was passiert? Oh mein Gott, ihr blutet. Schnell. Alles okay. So arg ist er, ey. Kommt der angelaufen? Ist alles in Ordnung, Bros? Was los? Jo, alles okay. Okay, gut, gut, gut. Und bei dir, Patrick? Ich glaube, ich bin jetzt nicht infiziert. Oh nein. Ja, warten wir mal ab. Sonst müssen wir dann leider Maßnahmen treffen. Ja, ja, müssen wir abwarten. Passiert schon nix. So. Lol, wir alle am trinken sind. Dann trinken wir mal einen ordentlichen Schluck, wie es wir saft sind. Saft, alles klar. So, fünf Stück. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ja, ich hole mir kurz ein bisschen trinken. Bitte den Straßenverlauf weiter folgen. Ich werde noch gerade erst im Grund. Äh, in real life. So. Ja, ich hole mir kurz ein Getränk. Alles klar. Und wir sehen uns dann in Czerno wieder. Was? Die Zusammenkunft der Gemeinschaft. Sie wird größer und größer. Hallo. Hallo. Der Chaosritter. You are welcome. Ja, klar, ne? Immer noch. Ja, immer. Immer wenn du da bist, ist Chaos, oder wat? Besser das da? What? Besser. Es ist besonders wenn du an freundliche Spielern schaust. Genau, mitten auf der Straße ein Feuer legen. Super! Lecker! Ja klar! Wenn jetzt hier ein Sniper hockt Wenn jetzt hier ein Sniper hockt Wenn jetzt hier ein Sniper hockt Am besten noch auf dem Berg eins anzünden Ja die beste Idee ever Da ist die sogar besser gerade Also ich hab Cold ja Ja doch schon Darf ich lieber in irgendein Haus gehen? Ja irgendwie schon ne aber komm Mr.Titon Smoke weed everyday gibt's Tränkespende Vielen Dank Hammer Ja aber nice Zu 7 unterwegs nach Ciano Kennt ihr noch Folge 111 Oder 13 Oh Patrick Ja Ich mach immer kurze Shit Aber ja auch Leute Ja 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 Ja